Stimulation Die R-Series unterstützt zwei Elektrodenkonfigurationen für die Stimulation. One-Step-Pacing-Pads oder Multifunktions-Pads mit separaten EKG-Elektroden. Wenn die R-Series mit den One-Step-Complete oder One-Step-Pacing-Elektroden zur Stimulation verwendet wird, ist kein separates EKG-Kabel erforderlich, da die drei EKG-Ableitungen im vorderen Elektroden-Pad integriert sind. Vergewissern Sie sich, dass die roten Stecker des One-Step-Pacing-Kabels korrekt mit dem Stecker der One-Step-Pads verbunden sind und dass das schwarze Ende des EKG-Kabels mit dem schwarzen EKG-Eingang auf der Rückseite der R-Series verbunden ist. Wenn diese bereits erwähnten One-Step-Elektroden nicht zur Stimulation verwendet werden, müssen alternative Multifunktions-Elektroden und ein EKG-Kabel an die R-Series angeschlossen werden. Wenn Sie ein dreipoliges One-Step-EKG-Kabel verwenden, konnektieren Sie den roten Stecker des One-Step-EKG-Kabels mit der roten EKG-Steckerbuchse des One-Step-Pacing-Kabels. Vergewissern Sie sich, dass insbesondere das schwarze Ende des EKG-Kabels mit dem schwarzen EKG-Eingang auf der Rückseite der R-Series verbunden ist. Bei einem separaten 3- oder 5-EKG-Ableitungskabel müssen Sie diese an den schwarzen EKG-Eingang auf der Rückseite der R-Series anschließen. Pädiatrische Patienten, bei denen Nuance der Pediatric CPR oder Pedipads 2 verwendet werden, benötigen ein separates EKG-Kabel, da diese Elektroden nicht über die integrierte 3-Kanal-EKG-Funktion verfügen. Die nicht-invasive Stimulation von pädiatrischen Patienten erfolgt wie die Stimulation von Erwachsenen. Um mit der Stimulation Ihres Patienten zu beginnen, drehen Sie den Modus-Wahlschalter auf Schritten. Die Abwärtsspitzen zeigen Stimulationsimpulse an. Die Frequenz ist automatisch auf 70 Pulsschläge pro Minute vorkonfiguriert. Es sei denn, Ihre Einrichtung hat eine andere Konfiguration gewählt. Bei Verwendung von One-Step-Pacing-Kabel und One-Step-Pacing-Pads erscheint das EKG-Signal in Ableitung P2. Obwohl sich die über P1, P2 oder P3 erfassten EKG-Signale für die Bestimmung der elektrischen Erregungsauslösung während der Stimulation eignen, dürfen diese Signale nicht für Diagnosezwecke eingesetzt werden. Verwenden Sie dafür konventionelle EKG-Elektroden und ein separates EKG-Kabel. Erhöhen Sie den Impulsstrom, indem Sie das Drehrad im Uhrzeigersinn drehen. Der Normalbereich für die Erregungsauslösung beträgt 40 bis 80 mA. Der Impulsstrom, bei der die Erregungsauslösung erreicht wird, stellt die Schwelle des Patienten dar. Nachdem Sie die Stimulationsschwelle bestimmt haben, stellen Sie die Stromstärke auf einen Wert von 10% darüber ein. Bestätigen Sie die elektrische Erregungsauslösung durch Beobachtung der nach unten weisenden Stimulationszacke, gefolgt von einem breiteren QRS-Komplex und einer verlängerten, manchmal vergrößerten T-Welle, die bei der gewählten Stimulationsfrequenz zu sehen sind. Der intrinsische Rhythmus sollte nicht vorhanden sein. Die mechanische Erregungsauslösung kann durch physisches Abtasten einer Femoralarterie, der rechten Brachial- oder Radialarterie oder auch durch die SpO2-Pulskurve bestätigt werden. Sie können die 4 zu 1-Taste während der Stimulation verwenden, um den Rhythmus des Patienten zu bestimmen. Halten Sie die 4 zu 1-Taste gedrückt, um drei von vier Schrittmacherimpulsen zu unterdrücken und den Rhythmus des Patienten zu visualisieren, ohne die Erregungsauslösung zu verlieren. Für Stimulationszeiten über zwei Stunden empfiehlt Zoll die Verwendung von ProPads mit flüssigem Gel.